Hey Leute, was geht? Ich bin's wieder. Heute drehen wir einen Carporn. Ich habe jetzt ihn eingesammelt. Der Bernie, unser Kumpel, fährt voraus. Wir sind jetzt auf dem Weg zu einem Parkhaus. Außerdem probe ich heute noch mal ein neues Vlog-Setup aus und zwar diesmal auf meiner A6500 mit einem 10-18 4.0. Ich würde mich sehr interessieren, was ihr sagt, ob das quantitativ geil ausschaut oder nicht. Außerdem ist die Kamera viel kompakter und leichter als wenn ich mit der A7III vlogge. Deswegen gebt gerne Feedback. Würde mich sehr interessieren und ja, wir sehen uns am Spot. So Leute, wie ihr seht, wir haben jetzt das Auto mal aufgestellt. Ich baue jetzt noch das Licht auf. Wie ihr seht, das sind Type-Labs. So Leute, wir sind jetzt mehr oder weniger fertig mit dem Aufbau. Müssten noch eine Entscheidung wie in dem Licht treffen, aber sonst sind wir fertig. Ich habe jetzt heute mal noch die Osmo um, damit ich quasi irgendwie so eine kleine View habe darauf, wie ich filme und so. Ja genau und wir fangen jetzt auch an zu drehen und viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. So Leute, wir sind jetzt hier in der Parkgarage fertig. Jetzt fahren wir noch raus und ein paar Drone-Shots machen. Genau. Let's go. Wir sind jetzt in Berndes Auto eingestiegen, weil wir jetzt zu einem kleineren Feldweg fahren und wir die Straßen nicht blockieren wollen mit meinem Auto. Und genau, jetzt machen wir noch ein paar Drone-Shots beim Fahren. Wir sind jetzt fertig mit den Drone-Shots. Das waren jetzt auch die letzten Shots des Tages. Das heißt, wir sind fertig für heute. Hat wie immer Spaß gemacht. Und ja, checkt sein Instagram das Video ab. Wie immer. Ihr seht jetzt gleich das Resultat. Aber warte mal. Hört ihr das, Jungs? Oh mein Gott, es geht los! Oh mein Gott, es geht los! Ich bin jetzt! Oh mein Gott, es geht los. We can do it, do it still, I'm really never waiting here, do it still, do it still, I don't even know what I should say it all. Should I jump on it, should I get involved? Guys surround me, they love to talk, I take it all. Let's go! Jetzt einfach an unsere Weife. Wohssst noch so ein Kombi? Du hast schon früh genug rausgezogen, oder?